Hey meine lieben Fungis, was geht ab und weiter geht's mit der Charaktervorschau von der energiegelahnen Samir. Wir geben euch nämlich hier einen kleinen Eindruck und Einblick was sie drauf hat und was ihre Waffe alles kann. Die actionreiche und flinke Samir besitzt nämlich als Waffe eine Dualpistole mit dem Element Blitz. Sie gehört zu den stärksten DPS-Waffen und durchlöchert die Feinde in Nullkommanichts aus der Entfernung. Neben den schnellen Hits und den hohen Aufladeraten, die sie durch diese Waffe bekommt, können die Gegner zusätzlich in Paralyse versetzt werden und dementsprechend mehr Zeit für Damage gegeben werden. Macht euch aber jedoch selber ein Bild wie sich das ganze anschaut in den folgenden Clips. Also viel Spaß! Resort uns einige Lass uns mit ihnen lympho Kl want Kl sind Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Also, wenn ihr einen hohen Schadensoutput mit einem flexiblen Spielstil kombiniert haben wollt, wäre Samir und ihre Dualpistolen eine großartige Option für euch. Sowohl im Nah-, Fern- oder im Luftkampf macht es riesen Spaß, mit ihr und ihren Waffen zu kämpfen. Checkt gerne unseren Reroll-Guide auch aus, wenn ihr auf jeden Fall euren Wunschcharakter zu Beginn pullen wollt. Wir würden uns für einen Daumen hoch oder einen Abo sehr, sehr freuen. Danke euch und wir wünschen euch viel Spaß bei Tower of Fantasy. Peace out und bis zum nächsten Video. Eure Fu Brothers.